Bede du gar nicht frei jetzt. Ah ja. Ich finde immer, die Sprache hätte sich echt saugeil anmustern. Ich mag die eigentlich. Was haben wir denn hier? Ist da noch irgendwas? Wow. Ha! Aha. Was ist das da? Lass nichts und niemanden durch! Stopp! Du Brüder! Deck mich! Ich muss hier weg! Boah, was war denn das? Lauf hinten über Vieh. Boah, die Sau, ey. Der hat es mich überkennen, aber ey. ... 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 hey hey moment ich hab dich du bist tot hey was stirb du was kannst dich nicht ewig verstecken da ging die schnelle klinge gar nichts los das tote buch ist das ist hier unten hier war ich doch schon das ist ein anderes ding ist alles geblündet da ist ja das toten buch becker wird sich freuen jetzt gibt dem alten mann sein buch zurück ja ja sehr unfreundlich muss ich sagen ich kämpfe besser mit dem andere das hat mir besser gefallen muss ich sagen hat doch sauschnell saugeiles teil eigentlich aber ich möchte diesen stab er benutzen ja er dachte heik und auch bestimmten da schnell reise schneller hin oder hier ja x halle so ich konnte mich daran erinnern dass ich das toten buch glaube ich schon mal geholt vielleicht weil ich jetzt desynchronisiert war keine ahnung haben wir ja schnell geholt also das kampfsystem ist jetzt nicht merklich schwerer wenn ich das jetzt mal ehrlich so nebenbei sahen darf hat dein vater uns verlassen sein leben ist vorüber er war zu schwach um auf deine rückkehr zu warten dann möge er in frieden ruhen er hatte große angst dass sein ka den meiner mutter nicht finden wird wo ist seine leiche es ist noch nicht zu spät du bist wirklich ein geschenk der götter er empfängt gerade die riten im kleinen tempel ok oh der hat auch lange gerollt komm einfach wir müssen jetzt mal drinnen ja das freie bewegen ist war bei anderen spielern bisschen besser hier kommst du immer sofort bremst da sehr stark ab und kriegst du auch noch eine quest jetzt haben wir diese leichen hier einfach rumliegen der bei samira wird mehr wissen ja das ist noch mal gucken warte erstmal mal das hier alter mann dein buch doch möge es dich zu deiner frau führen so mal das dann mal das dann mal das ge geburtsrecht genau das war jetzt wo muss auch hier sind ok alles klar eine schande dass die drei toten vernachlässigt werden was ist denn sie wurden gerade gebracht eine ganze familie starb durch das schwert ich war es nicht nur ihre tochter iras hat überlebt sie brachte einen nach dem anderen her armes ding sie ist jetzt ganz allein tragische geschichte allerdings wo ist sie jetzt du findest sie bei den verlassenen dattel pflanzungen bei der straße dort wo ihre familie starb diese iras würde ich gerne einmal kennenlernen dann gehen wir sie mal klicken wir die mal an so jetzt warten wir ganz ganz doof jetzt nur für uns wo ist denn da hin oh das reizt mich wo ist denn hier Holz irgendwo ich glaube hier gibt es gar kein Holz ne gut das ist jetzt nicht so dramatisch das kann ich jetzt kann ich eigentlich woanders da wieder zurückreisen jetzt wegen Holz oder so oh oh whoa ha ne herstellung verfügbar so dann gucken wir grad ne oooh ja klar mach das Ding feng was brauche ich jetzt nimm mal noch Leder wo wo immer noch ein bissl chillier da in der in der rum oh wo 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 so warte jetzt gehen wir nochmal weiter mal kurz mal Leder sammeln und da gehts auch direkt weiter was ist das weiße doch hin am Ende was war denn das grad ich muss das frage das reizt mich mehr wie die Aufgabe jetzt und haben wir noch eine Aufgabe Soldaten sie suchen bestimmt nach ihres ich tauch unter und sie hoffentlich auch hier sollte ich vorsichtig sein was gefunden Hey, wer... Ich glaub, ich hab da draußen was gesehen. Sieh mal nach. Du musst auf mich aufpassen. Noch nicht. Findet das Mädchen. Bringen wir es schnell hinter uns. Im Haus wartet ein Schwein auf uns. Das ist... Aha, da. Hey, der Stab ist hier wohl geil. Der ist hier wohl richtig geil. Was haben wir denn hier? Sie ist im Brunnen. Wenn die Soldaten sie gehört haben. Hey! Was sind denn noch Soldaten? Der Stab mit seinem Gifting ist richtig geil. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iris. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann, ja. Den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier. An der Straße nach Alexandria. Und die ist, machen wir das. Im Fall der Fälle! Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren! Ja, klar. Ja, ich finde immer wieder was. Das ist saugeil eigentlich. Ich liebe hier so Sachen, ne? Gut, dass man einiges erfindet. Da war noch irgendwas. Auf dem Säckl hat noch ein bisschen was gelehrt. So. Dann. Wo ist die Villa? Ist nördlich hier? Ja, komm, da gehen wir mal hin. Wo ist denn mein Rindspär? Wunderschön. Ich habe immer noch Fragezeichen. Das ist der, ne? Ja, ja, das ist der. Der mich mit einem Schlag umgenietet hat. Oh, hier sind ein paar Diener. Die können immer blindern. Das ist gar nicht so... Gar nicht so abgespaced. Das ist der Kulture. Guck, das ist ein Phil, äh, ähm... Was ist denn das da? Das ist ein Tigerding. Muss ich mal noch hole. Tut mir leid. Gut. So, der Hauptmann ist schon down. Warte mal, ich will mal diesen... Das Raubtierding will ich schon mal ausprobieren. Die Jagdbogenraubt so... Hier, pass mal auf. Wo ist noch ein Gegner? Da. Cool. Das ist brutal geil. Das hört mich jetzt ein bisschen an, muss ich sagen. Ach, ich bin aber so leicht. Das ist immer so. Ein Brief auf einem Papyrus. Sophron. Sophronus wohnt in der Nähe des Westens von Axantria. Ja, alles klar. Was machen wir da? Das hat kein Thema. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.